In diesem Kapitel stellen wir kleine Projektideen für den Unterricht vor. Neben einer kurzen Beschreibung zum Projekt finden Sie einen Link zur Anleitung für die Umsetzung. Gruppiert haben wir die Projekte nach vorhandener Hardwareausstattung. Von Aufgabenstellungen, bei denen lediglich Verbrauchsmaterialien benötigt werden, bis hin zu komplexen 3D-Druckprojekten, die sich für über mehrere Unterrichtseinheiten erstrecken. Die Interdisziplinarität des Themas Making ermöglicht die Abdeckung eines breiten Themenfeldes und eine fächerübergreifende Einbindung in den Unterricht selbst. Hierfür gibt es unterschiedliche Beispiele quer durch alle Jahrgangsstufen, die auf spielerische und eigenständige Weise fächerübergreifende Kompetenzen vermitteln. Spannende, nahbare Projekte kombinieren beispielsweise die Physik mit dem Kunstunterricht, machen Informatik anschaulich begreifbar, vermitteln praxisnahe Erkenntnisse der Mathematik und ermöglichen eine kritische Auseinandersetzung mit weltrelevanten Themen wie Klimaschutz, Recycling, ein Leben auf dem Mars oder die Inklusion von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Ein besonderes Augenmerk möchten wir an dieser Stelle auf Projekte mit dem Tool Tinkercut richten. Hierbei handelt es sich um ein kostenloses CAD-Tool, mit dem Ideen digital gezeichnet und anschließend mit einer entsprechenden Maschine realisiert werden können. Zudem besteht mit diesem Werkzeug die Möglichkeit, elektronische Schaltungen vorab zu simulieren und Mikrocontroller grafisch zu programmieren. Tinkercut ist für Schulen entwickelt, benötigt keine Softwareinstallationen und bietet die Möglichkeit, SchülerInnen digital zu verwalten und die Arbeit der Schüler einzusehen und zu bewerten. Alles, was man zum Loslegen wissen muss, findet sich im Abschnitt Projektideen CAD-Konstruktion.